Hallo zusammen, ich bin Kevin Lanica, 17 Jahre alt. Ich mache die Lehre als Produktionsmechaniker. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr in der Hamilton in Spona Rutz. Als Produktionsmechaniker in der Hamilton mache ich genau die gleiche Arbeite wie ein Polymechaniker. Nur den Unterschied findet man vor allem in der Schule. Die Freude an meinen Prof machen wir das CNC-Fräsen, das computergestörte Fräsen. Man kann dort sehr gut sehen, wie man Rohmaterial in die Maschine reintet und dann ein fertiges Produkt herausnimmt. Und speziell bei uns in der Firma, bei uns Lehrlingen vor allem, dass wir auf modernen Maschinen dort arbeiten können.